Hi Leute, willkommen zu einem neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal ein paar Informationen, warum es in letzter Zeit keine Videos gab. Also da war ich nicht irgendwie faul oder sonst irgendetwas, sondern ich konnte einfach keine Videos hochladen über das Smartphone. Wollte ich keine Videos hochladen, weil das ist ja noch komplizierter. Ich schneide ja die Videos auch immer und tue da einiges bearbeiten. Jetzt nicht über drüber, aber es ist halt mit etwas Aufwand verbunden und über PC hochladen geht es auf jeden Fall einfacher. Ja, warum konnte ich keine Videos hochladen? Ja, wir haben einfach kein Internet gehabt. Wir haben eigentlich noch immer kein Internet. Ich hoffe mal, dass der Wind mein Smartphone nicht umschmeißt. Ich nehme jetzt das Video mit dem Smartphone auf. Ich hoffe, dass man mich gut hören kann. Es ist ziemlich windig heute. Ja, wir haben noch immer kein Internet über Glasfaser. Also Seenet, ja, Service, einfach scheiße. Die haben uns jetzt schon damit vertröstet, dass wir die nächsten drei Monate Internetrechnung nicht einzahlen müssen. Also September, Oktober, November werden wir kein Internet zahlen müssen. Jetzt sind es genau zwei Wochen, wo wir kein Internet mehr haben. Voraussichtlich haben die gestern gesagt, dass es noch bis nächste Woche Dienstag dauert, beziehungsweise am Montag haben die das gesagt. Und ja, daraufhin haben wir uns ein neues Internet geholt, beziehungsweise ein mobiles Internet, aber mit einem Router von der Firma Telenor. Die nutzen die gleiche Leitung wie Telekom, beziehungsweise die Leitungen von Telekom. Und das Ganze funktioniert jetzt so, wir haben eine ganz normale kleine Karte, also so eine Mikrokarte, was man auch ins Smartphone reintut. Aber wir tun das nicht ins Smartphone hinein, sondern in einen ganz normalen Router zu Hause. Da haben wir einen eigenen Router bekommen, dort tun wir das rein. Und dann haben wir vier Steckplätze für LAN, also für Kabel-Internet. Und natürlich, glaube ich, 11 Anschlussmöglichkeiten über WLAN. Das funktioniert auch sehr gut. Na ja, zu Glasfaser ist es natürlich ein Unterschied, aber so ist es möglich, dass ich wieder ganz normal arbeiten kann, dass ich wieder Videos hochladen kann und so weiter. Nur der Nachteil ist, bei Glasfaser, bei CNET, haben wir also keine Datenmenge vorgeschrieben, sondern, ja, wir haben halt unendlich Datenmengen. Bei Telenor haben wir nur 200 Gigabyte. Also, damit würde ich eigentlich, ja, glaube ich nicht, dass ich da mit einem Monat auskommen würde. Also, ich brauche da schon mehr Datenvolumen. Ja, wie gesagt, bei CNET, beim Glasfaseranschluss, haben wir unlimitiertes Datenvolumen. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Und, ja, zuerst wollten wir CNET kündigen, aber dadurch, dass die uns jetzt gesagt haben, wir müssen die nächsten drei Monate nichts zahlen und, ja, jetzt haben wir halt die Möglichkeit, dass wir ausweichen. Und wenn das Glasfaser-Internet übersehen hat, dann wieder funktioniert, werden wir den Router von Telenor ins Geschäft rüberbringen und dann kann meine Partnerin dort ebenfalls ohne Bedenken Internet nutzen, denn dort kommt sie mit diesen 200 Gigabyte Datenvolumen auf jeden Fall aus und ich nutze hier die Glasfaser zu Hause, unlimitiertes Datenvolumen. Ja, wenn CNET funktioniert, ist es super, aber natürlich den Service einer Firma merkt man erst dann, wenn es Probleme gibt. Und, ja, zwei Wochen lang haben sich die überhaupt eigentlich gar nicht darum geschert, ob jetzt irgendwas zu richten ist oder nicht. Jetzt habe ich ja schon mit einer Klage über einen Anwalt gedroht und so weiter, denn wir haben ja Geschäftsanschluss, unsere Software, unsere Rechnungssoftware ist ja mit der Steuerbehörde verbunden, also jede Kassa, jede Rechnungssoftware und so weiter in Ungarn ist mit der Steuerbehörde verbunden. Und ich möchte keine Steuerprüfung nur deshalb haben, weil die das Internet nicht reparieren oder sonst irgendetwas. Also, hier, die ganze Straße hat kein Internet. Alle, die wir bei CNET sind, sind jetzt ohne Internet. Und, ja, da hat sich eigentlich auch niemand zuständig gefühlt. Also, es war schon eine Frechheit, was sich die hier erlauben, nur weil hier im Bereich Glasfaser keine Konkurrenz ist. Also, die haben keine Konkurrenz zu befürchten, deshalb machen die eigentlich, was sie wollen. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass das jetzt so gut gelöst wird und, ja, dass dann alles weitere wieder funktioniert. Mal sehen. Wenn nicht, dann werden wir halt sehen, kündigen. und dann bleibt halt dieses Internet, dieses neue Internet hier. Und, ja, ich kann mir dafür 5000 vorhin, glaube ich, 100 GB noch Datenvolumen dazukaufen. Damit komme ich dann aus. Das sind 300 GB. Also, damit sollte ich knapp aber doch auskommen. Ja, soviel jetzt einmal zu den Informationen, warum es keine Videos gegeben hat. Videos habe ich schon vorbereitet. Also, da kommen auf jeden Fall wieder neue Videos, auch über alte Themen, die ich neu bearbeite und so weiter. Also, seid, ja, gespannt. Schaut immer wieder mal auf der Seite vorbei, beziehungsweise auf meinem Kanal vorbei. Schaut auch auf meiner Webseite vorbei, lebeninunganhilfe.com, glaube ich. Ja. Dort werde ich die Seite auch bald wieder aktualisieren, bei den Dienstleistungen und so weiter. Und, ja, gestern ist auch, ja, gestern, glaube ich, oder vorgestern, ist auch ein Artikel neu erschienen. Lest euch da das Ganze durch. Ich werde auch demnächst bald einmal neue Häuser veröffentlichen und neue Firmen einfügen. Also, da gibt es schon Gespräche. Und, ja, deshalb besucht auch die Webseite. Und, ja, wünsche euch viel Spaß. Auf der Webseite und auf meinem YouTube-Kanal mit den Videos über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn-Video.